Manchmal hat man das Gefühl, wenn man vier Tage nicht auf die jüngsten Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz geschaut hat, ist man schon wieder ganz hinten dran. Personalwechsel, neue Sprachmodelle, Börsenkursentwicklung, Umsatzsteigerungen, neue Strategien, Zeit für ein Update. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Digitalwirtschafts-Podcasts, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mal wieder und nach langer Zeit in der Standard-Stammbesetzung mit Alexander Armbruster, unserem Wirtschaftsonline-Ressortleiter. Hallo, lieber Alex. Morgen. Und mir, Carsten Knobheim, der Herausgeber der FAZ. Lieber Alex, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, manchmal kümmert man sich ja doch auch in diesem Beruf um andere Dinge als um künstliche Intelligenz und wendet sich der deutschen Autoindustrie zu oder in meinem Fall auch mal der Commerzbank in Frankfurt oder politischen Entwicklungen in Wiesbaden und dann kehrt man wieder zur künstlichen Intelligenz zurück und denkt sich, Holla, was musst du denn da alles nacharbeiten? Zum Beispiel, und damit fangen wir jetzt einfach mal an, ein neues KI oder eigentlich ist der Plural gerechtfertigt, zwei neue KI-Modelle von OpenAI, die eine erweiterte Fähigkeit haben, erweitertes Reasoning. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Ich würde jetzt sagen O1 Preview und O1 Mini. Und ja, also die denken gründlicher, so heißt es, sind unwahrscheinlich intelligent, wenn es, und das ist ja immer eine Einstrengung um bestimmte Spezialgebiete, geht nämlich um Wissenschaft, Programmierung und Mathematik, was steckt denn dahinter? Ja, also genau, das ist alles richtig und das ist eine der ganz großen Fragen in der KI unter dem Stichwort Reasoning, was die Sprachmodelle bisher so nicht können. Sie können nicht in dem Sinne logisch schließen, kausal denken wie wir Menschen. Sie können nicht planen, das ist die ganz, ganz große Schwachstelle. Das ist aber was, was wir Menschen können, was wir auch im Alltag ganz oft verwenden, auch ganz oft unbewusst. Und nach den Erfolgen, die die Sprachmodelle bisher haben, eben GPT-1234 oder die Lamas von Meta oder Gemini von Google und so weiter, also alle, die es halt so gibt und Claude und ich will das gar nicht alle aufzählen, aber es gibt ja eine ganze Palette von diesen Modellen, die alle nach demselben Prinzip konstruiert sind, nach derselben Architektur, die man Transformer-Architektur nennt und die jetzt auch schon viele Anwendungen hat, gehen jetzt Leute verstärkt dahin und sagen, okay, wie kriegen wir denn das jetzt hin, dass die wirklich, ich sag mal, nachdenken können, wie wir. Und der Schritt, den OpenAI jetzt gemacht hat, ist, sie haben genau diese beiden Modelle präsentiert jetzt und auch gesagt, das wird der Beginn einer neuen Modellreihe. Deswegen heißt das eine auch Modell 01, das signalisiert schon also 01. Danach kommen weitere Zahlen, also neben der, die bisherige Reihe wird nicht abgeschafft, aber es gibt eine neue, die jetzt starten soll. Für diese Spezialanwendung. Genau, für das Allgemeine heißt es ja weiterhin seit GPT-4 oder VO immer noch besser. Ja, genau, oder zumindest ist es nicht schlechter als das andere. Aber das andere ist, dass sie halt da mehr versuchen und dann haben sie eben demonstriert, dass in bestimmten Vergleichstests, wenn es um Mathematik geht, Naturwissenschaften und so, dass dann dieses neue Modell deutlich besser abschneidet. Und deutlich heißt wirklich in dem Fall deutlich, es geht um Aufgabenstellung für PhD-Studenten, also wir reden über den schon fortgeschrittenen universitären Bereich, in dem das mithalten soll. Was haben die gemacht? Ganz genau haben sie es natürlich nicht verraten aus guten Gründen, hätte ich auch nicht gemacht. Zum jetzigen Zeitpunkt, denn die Konkurrenz ist groß, aber im Kern ist es so, wenn du dir diese Modelle ansiehst, sie haben, sie wird viel Rechenleistung auf Training verwendet und dann eben auf diesen Vorhersageprozess und dann gibt es was, das heißt, nennt sich Inferenz, eben wirklich dieses Schließen und den Bereich haben sie vergrößert und mit mehr Rechenleistung ausgestattet. Deswegen dauert es auch länger und ist auch teurer, dann so eine neue Anfrage mit dem neuen Modell zu berechnen. Und das ist auch ein limitierterer Zugang. Aber die Idee ist, dass das Modell über eine Frage, die man ihm stellt, einfach so wie wir mal zum Beispiel, länger nachdenkt. Also genau, das Prompten wird etwas unkomplizierter. Dazu hatte Markus Schwarze bei uns auch einen Tipp geschrieben, den man immer noch findet. Richtig. Aber nochmal zur Präzisierung und auch zu meinem Verständnis und auch immer mit der Frage, stimmt es denn eigentlich so, wie ich es mir jetzt gemerkt habe? Dieses Modell, diese beiden neuen Modelle sind nicht dazu da, das Internet zu durchsuchen oder Dateien hochzuladen und dann damit weiterzuarbeiten, was bei ChatGPT 4.0 ja geht. Dafür sind Dinge da, wenn man so will, reingeladen worden, mit denen dann auf der von dir beschriebenen Art und Weise gearbeitet wird, wie Zellsequenzierungsdaten. Man kann komplizierte mathematische Formeln für Quantenoptik oder so erstellen und mehrstufige Arbeitsabläufe für Entwickler und sowas erarbeiten. Also nur, dass die Hörerinnen und Hörer verstehen, um was es etwas konkreter geht, auf welche Anwendungen man das loslassen kann. Genau, das sind die, die erstmal zur Demonstration präsentiert wurden und wo sie auch sagen, das sind auch die Ergebnisse deutlich besser. Aber tatsächlich ist es eben vor allen Dingen dieses mehr Nachdenken. Es ist sozusagen, die Idee ist, wir machen jetzt das Modell mal nicht besser, indem wir noch mehr Wissen und noch mehr Daten und noch mehr, noch mehr, noch mehr Daten reinstecken, sondern Vergleich mit uns Menschen, indem wir uns als Mensch jetzt nicht noch mehr erstmal uns anlesen und dann eine schnelle Antwort raushauen auf eine Frage, sondern indem wir auf eine Frage ein bisschen mehr nachdenken, erstmal überlegen, wie es und auch verschiedene Möglichkeiten, wie es sein könnte und dann die Möglichkeiten gegeneinander abwägen und dann zu so einer Schlussfolgerung kommen. Und der Trick ist, wie gesagt, Sie haben nicht genau gesagt, wie Sie es machen, aber die Vermutung ist, dass Sie einen Prozess, den man heute schon, den man davor schon machen konnte, man konnte ja davor die Modelle auch verbessern, indem man dem Programm gesagt hat, zerteile bitte deinen Arbeitsschritt in verschiedene Schritte. Genau, man hat es ja quasi imprompt programmiert. Genau, und die Vermutung ist, und das deuten Sie auch an, indem er einen Blogbeitrag auch veröffentlicht, OpenAI, dass Sie diesen manuellen Prozess, den man händisch ausführen konnte, davor, dass Sie den irgendwie automatisiert und reingegeben haben, dass der eben automatisch abläuft und dass das eben jetzt drinsteckt. Und das ist die, was man sagt, Inferenz, die längere Zeit, die damit verbracht wird und die dazu führt, dass eben diese Ergebnisse in den Bereichen besser werden. Und es ist natürlich auch im Kern ein relativ wichtiges Thema. Es ist nämlich eine Grundfrage auch in der Disziplin, weil Sie eben schon darüber streiten, werden die Modelle wirklich immer besser, indem man einfach die Rechenzentren noch größer, die Daten noch größer, alles einfach noch mehr oder ob man nicht innerhalb von dieser Architektur ein bisschen mehr rumschrauben muss und halt ein bisschen mehr anpassen muss und damit man eben dann dahin kommt, dass Sie das können. Und ich habe ein, aber was sozusagen auch zur Demonstration, wo man auch die Grenze sieht von dem, was Sie jetzt können. Also wir haben über die mathematischen Themen gesprochen, wo es sehr gut ist. Also wenn ich Programmierer wäre, würde ich es mir sehr genau ansehen, vor allem, wenn ich Programmierer, wie soll man sagen, Zulieferer wäre, wenn ich der wäre, der für bestimmte Segmente dann nur gebraucht wird, um den Code zu machen. Du musst natürlich trotzdem drüber gucken, aber ich glaube, da wird die Konkurrenz größer. Es gibt ein, das hat mir ein Freund von mir, der das ausprobiert hat, ein interessantes Beispiel geschickt, wo man sieht, fand ich sehr gut, sieht, wie die Grenzen, das würde ich gerne mal vorstellen, wie die Grenzen oder was dieses Modell halt trotz allem nicht kann, wenn wir von Reasoning reden, was wir Menschen aber können. Dann mach das mal, bei der Kürze. Ja, ja, das ist nicht. Und zwar, es geht darum, in JetGPT4 und JetGPT01 Preview, also eines das Neue und das Alte, mal folgenden Prompt einzugeben. Eingabe, erkläre die Kurzgeschichte. Jetzt geht die Kurzgeschichte los. Sie hat nur drei Sätze. Das Gewitter war stark. Karl wollte das Haus verlassen. Als er im Auto saß, schloss er das Dach und machte sich auf den Weg. Und die Erklärung von GPT4 war, die Kurzgeschichte beschreibt ein einfaches Szenario, in dem Karl bei einem starken Gewitter das Haus verlässt. Er sitzt in seinem Auto, das offenbar ein Cabriolet mit einem schließbaren Dach ist. Nachdem er das Dach geschlossen hat, um sich vor dem Unwetter zu schützen, macht er sich auf den Weg. Die Geschichte vermittelt eine ruhige und zielgerichtete Reaktion auf eine herausfordernde Wetterlage, wobei Karl notwendige Vorbereitungen trifft, um sicher zu reisen. Das ist die Beschreibung von GPT4. Dann die Frage, wo steht das Auto? GPT4 antwortet, in der Kurzgeschichte steht das Auto wahrscheinlich in der Nähe oder direkt vor dem Haus, da Karl direkt nach dem Verlassen des Hauses in das Auto steigt. Das ermöglicht ihm schnell und ohne viel Aufenthalt im Regen, das Dach zu schließen und loszufahren. Dann nächste Frage, ist das Auto nass geworden? GPT4 sagt, ja, das Auto ist wahrscheinlich nass geworden, da das Gewitter stark war und Karl erst im Auto saß, bevor er das Dach schloss, liest du heute darauf hin, dass das Auto dem Regen ausgesetzt war, bevor es vollständig geschlossen wurde. Und jetzt ganz kurz noch dasselbe eingegeben in GPT4-01. Eingabe wieder erkläre die besagte Kurzgeschichte. GPT-01 schreibt, die Kurzgeschichte beschreibt eine Situation, in der ein starkes Gewitter tobt. Trotz des heftigen Wetters entschließt sich Karl das Haus zu verlassen. Als er in seinem Auto sitzt, schließt er das Dach, was darauf hindeutte, dass es sich um ein Cabriolet handelt und macht sich auf den Weg. Die Erzählung hebt Karls Entschlossenheit hervor, seine Pläne trotz ungünstiger Bedingungen fortzusetzen. Das schließende Dach symbolisiert Vorsicht und Anpassungsfähigkeit. Er schützt sich vor dem Sturm, ohne seine Absichten aufzugeben. Die Geschichte könnte als Metapher dafür dienen, Hindernisse zu überwinden und sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Also es geht in die Tiefe, stärker in die Tiefe. Ja, genau, es geht stärker in die Tiefe. Aber er interpretiert halt auch. Genau, er interpretiert mehr, denkt mehr darüber nach und vermutet mehr. Und dann kommt aber sozusagen die entscheidende Frage und gleich kommt dann der Clou. Dann kommt nämlich wieder die Frage, wo steht das Auto? GPT-01 sagt, in der Kurzgeschichte wird nicht explizit angegeben, wo das Auto steht. Da Karl das Haus verlässt und direkt in sein Auto steigt, kann man annehmen, dass es entweder vor dem Haus oder in unmittelbarer Nähe geparkt ist. Dann wieder die Frage, ist das Auto nass geworden? Und er sagt dann, die Kurzgeschichte gibt nicht ausdrücklich an, ob das Auto nass geworden ist. Allerdings lässt die Situation vermuten, dass es möglich ist. Da ein starkes Gewitter tobt und Karl erst das Dach schließt, als er bereits im Auto sitzt, könnte das Innere des Autos bereits Regen abbekommen haben. Das offene Dach während eines Gewitters deutet darauf hin, dass zumindest einige Regentropfen ins Fahrzeug gelangt sein könnten, bevor er das Dach schloss. So, also die Antworten sind ein bisschen mehr in die Tiefe gehend. Es wird ein bisschen mehr geschlussvoll. Es wird auch mehr über die Motive der Person oder warum das Verhalten so ist, wie es ist nachgedacht. Aber die entscheidende Frage ist tatsächlich, wo steht das Auto? Und wenn du jetzt dich oder mich gefragt hättest, dann wüssten wir beide, dass das Auto in der Garage oder unter einem Carport gestanden haben muss. Denn wenn ein Gewitter da ist und wir gehen raus, wenn das Auto im Freien gestanden hätte und es hätte reingeregnet, dann würden wir uns dort nicht reinsetzen. Außer wir hätten irgendeinen krass, aber wir würden erst mal nicht, wir würden uns nicht in ein klatschnasses Auto setzen, weil wir dann selbst nass wären. Es ist vollkommen klar, dass wir das nie, so handeln Menschen nicht. Und dann würden wir auch nicht uns in ein nasses Auto setzen, das Dach zu machen und dann nass losfahren. Es gibt vielleicht Extremsituationen, wo du denkst, vor der Polizei flüchten muss. So, es gibt bestimmte Situationen vielleicht, wo du denkst, okay, da ist dieses Verhalten. Aber der Clou, das Auto muss überdacht in der Garage oder unter einem Carport, also irgendwo gestanden haben und da setzt man sich rein. Das Auto ist natürlich trocken drin. Das hat das Modell auch in beiden Fällen nicht erkannt. Es spekuliert ja, das Auto könnte nass geworden sein. Logisch wäre, würden wir sagen, das Auto ist nicht nass geworden. Wir setzen uns da rein, machen das Dach zu und fahren dann los und dann regnet es. Und das ist ein Beispiel aus dem Alltag, das die Grenzen dieser Modelle auch aufzeigt. Das ist natürlich nicht eine mathematische Spitzenaufgabe, wo man dann sich für eine Spitzenuni bewerben kann vielleicht. Aber das ist das, was wir Alltagswissen oder Weltverständnis nennen würden, was wir intuitiv wissen, wie es ist, was auch zum logischen Schließen gehört. Weil wir überlegen müssen, okay, wie kann es sein? Und uns ist völlig klar, eben wo das Auto steht und das hat das alte Modell nicht erkannt und das hat das neue Modell auch überhaupt nicht erkannt. Sondern es ist bei Sachen in die Tiefe gegangen, die aber für die entscheidende Frage eigentlich irrelevant sind. Weil das Motiv dann, das könnte ein Symbol sein für, man setzt sich Widrigkeit, das ist alles nett. Aber in der entscheidenden Frage hat es auch nicht die Welt eben verstanden, wie sie ein Mensch, schon ein ganz junger Mensch, also schon relativ früh verstehen würde. Gutes Beispiel, um die Unterschiede da zu erklären. Allerdings, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der Mathematik-Olympiade, da hat dieses O1 richtig geglänzt. Ja, klar. 83 Prozent der Aufgaben korrekt gelöst, GPT-4 nur 13 Prozent. Da sieht man dann halt, wo der eigentliche Hammer hängt, bei welchen Anwendungen mit O1. So, jetzt war bei OpenAI aber noch mehr los in den vergangenen Tagen. Und zwar ein prominenter Abgang aus dem Vorstand, wenn man das so nennen will, nämlich die Technikchefin Mira Morati, die von Tesla gekommen war, ist gegangen. Die war mit dem Firmenchef Sam Altman jetzt nicht so richtig befreundet, kann man sagen. War auch Teil dieses, nennen wir es, Putschversuchs, den es da vor einiger Zeit gab. Aber man hatte sich irgendwie so zusammengerauft. So ganz genau weiß man auch nicht, was jetzt dahinter steckt, dass sie gegangen ist. Vielleicht aber die Tatsache, dass es Berichte gibt, dass OpenAI seine gemeinnützige Struktur ändern will und sich kommerziell ausrichten will. Dazu muss man vielleicht folgendes wissen, was auch nicht ständig berichtet wird. 2015 ist die OpenAI Incorporated gegründet worden. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Ihr untersteht ein anderes Unternehmen, die OpenAI Global LLC. Und das ist eine profitorientierte Tochtergesellschaft. Und diese LLC, das ist zum Beispiel das Unternehmen, an dem sich Microsoft beteiligt hat. Das ist 2019, also vier Jahre später, gegründet worden. Und versucht gerade, zumindest sind es auch wieder Medienberichte aus den Vereinigten Staaten, 6,5 Milliarden Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde einzuwerben. Und es soll nun darum gehen, dass sich, also jetzt laienhaft gesprochen, dieses Verhältnis umkehrt und diese Non-Profit-Organisation vielleicht nur noch eine Beteiligung an dieser Profitorientierten hält, aber eben das nicht kontrolliert, was dann dazu führt, dass man da ganz andere Gewinne dann auch rausholen kann, um es für Investoren attraktiver zu machen. Das ist also schon ein sehr grundlegender Wandel, den Sam Altman da anstrebt. Ja, genau. Grundlegend. Und ich denke aber auch folgerichtig und überhaupt nicht schlimm. Nicht schlimm? Also, wie soll ich sagen? Man hat ja das Gefühl, dass die irgendwann mal mit hehren Zielen angetreten sind. Ja, wobei ich immer, das ist, für mich schwingt da immer ein bisschen mit, wenn jetzt da Kritik kommt, dass ein profitorientiertes Unternehmen keine hehren Ziele verfolgen kann. Das ist eine Struktur, die uns sehr gute Dienste erwiesen hat an sich. Wenn Unternehmen versuchen, Gewinne zu machen, dann strengen sie sich an und versuchen, gute Produkte zu entwickeln. Und ja, es ist auch nichts verwerflich daran, erst mal Geld zu verdienen, um dann auch Geld zu haben, um noch bessere Produkte zu entwickeln. Also, das ist ja was, das haben wir auch in vielen anderen Bereichen. Es kommt da, und es ist natürlich ein bisschen, würde ich sagen, auch natürlich Silicon Valley eigen. Und natürlich hängt es mit der Historie zusammen. Und auch mit dem Namen OpenAI ist, wie du gesagt hast, angetreten als gemeinnützige Unternehmung. Die wollten, da haben sich Leute zusammengesetzt, dem Ortmann und Ilo Maas war ja am Anfang auch dabei, die gesagt haben, KI ist ein ganz brisantes Thema. Und so eine wichtige Technologie, die wird so viel umwerfen, die müssen wir so erfinden, dass alle Zugang haben. Und weil sonst werden Leute dramatisch abgehängt. Und deswegen wird das Ganze so gegründet. Und deswegen auch der Name OpenAI, nicht Closed AI, sondern eben, wir machen es für alle offen. Und so hat es begonnen. Und dann ist immer ein bisschen eben auch dieses, da geht es auch nicht, wie es ja so häufig ist, nicht um am Anfang vom ganzen Wording um Produkte, sondern um eine Mission. So was weiß ich, wie Google damals gesagt hat, ja, wir wollen die Informationen der Welt sortieren und allen zugänglich machen. Und Chef Bezos, also es geht, dort wird ja ein Produkt als was genommen, was eher so als Weltverbesserungsmission zum Teil verklärt. Und bei OpenAI ging es eben um die KI. Dann hat sich das eine Weile entwickelt. Und jetzt gibt es eben Modelle, über die wir schon gesprochen haben. Die gibt es ja auch schon eine Weile, die wirklich ganz breit angewendet werden und die man natürlich kommerzialisieren kann. Denn das war ja damals auch im Kern noch nicht komplett klar. Das war eine schöne Technologie. Google hat auch KI natürlich in die Suchmaschinen gepackt und Facebook hat es und Amazon in die Empfehlungsalgorithmen und so weiter. Aber jetzt hat man, findet man offenbar mehr und gute Kommerzialisierungsgelegenheiten für die Modelle. Und dann ist der, wie soll ich sagen, ich glaube fast der natürliche oder logische Schritt, dass dann OpenAI eben ein, in Anführungszeichen, ganz normales Unternehmen wird. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich würde den Hörern ganz gerne mal die Dimensionen versuchen zu verdeutlichen, um die es da geht. Also dieses Unternehmen OpenAI macht im Moment einen annualisierten Jahresumsatz, wenn man so will, von 3,6 Milliarden Dollar. Und das ist ja schon ganz ordentlich für so ein Unternehmen, das erst vor jüngerer Zeit, wenn man so will, ein Bezahlmodell für sein Large Language Modell auf den Markt gebracht hat und wächst und wächst. Allerdings kostet es auch relativ viel Geld. Ja. Nämlich nach Schätzung mehr als 5 Milliarden Dollar im Jahr an Investitionen in das Training neuer Modelle. Das heißt, irgendwas funktioniert dann natürlich am Ende bei dieser Gleichung noch nicht. Die sind immer noch sehr stark in der Investmentphase, weshalb sie permanent neues Geld brauchen und für Investoren attraktiver werden müssen. Das ist schon eine ganz schöne Wette, die da eingegangen wird. Aber wie hat Sundar Pichai, der Google, oder heute längst muss man ja sagen Alphabet CEO, im Juli dieses Jahres gesagt, the risk of underinvesting is dramatically greater than the risk of overinvesting for us here. Ja, glaube ich auch. Und deswegen, Cashburn ist im Moment nicht das Entscheidende, sondern Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ja, weil die Konkurrenz eben sehr, sehr groß ist und die Konkurrenz zudem auch noch sehr, sehr zahlungskräftig. Du hast jetzt schon, wir müssen ja nicht bei Alphabet, aber es sind ja tatsächlich alle großen Tech-Konzerne mit ihren tiefen Taschen in dem Feld drin. Und OpenAI ist im Unterschied zu denen eben noch kein großer Tech-Konzern. Du hast ja den analysierten Jahresumsatz gesagt. Die anderen, die machen ja nicht nur Gewinn, sondern die sind ja um viele Dimensionen größer, was die Zahlen angeht. Und natürlich muss OpenAI da auch klotzen, um, die haben jetzt einen Vorsprung, offenkundig, aber um den zu halten, der ist kein Naturgesetz, dass der da bleibt natürlich. Und sie haben ein bisschen den Vorteil, dass sie, so wie jedes Startup, dass sie ein bisschen auch, sie dürfen mehr Fehler machen oder sie dürfen weniger perfekt sein. Also man, ich glaube, wenn, es war, es konnte nur OpenAI, JetGPT so verfügbar machen, wenn es Google oder Facebook gemacht hätten, dann wäre ein Sturm der Entrüstung vermutlich erst mal losgebrochen, weil das Modell natürlich viele Fehler gemacht hat und man hätte sofort ihnen vorgeworfen. Klar, die hätte ihre Marke angegriffen dadurch. Ja, genau. Die dürfen einfach, das ist so das, was so der Newcomer dann eher darf, der darf auch was ausprobieren. Das ist genau wie mit dem, wenn wir ums automatisierte oder teilautonome Fahren sprechen, dann kann ein etablierter Autokonzern, kann es sich viel weniger leisten, dass da Autos von alleine in Wände fahren oder irgendwelche dramatischen Sachen nicht sehen, weil dann die Leute sagen, was ist denn hier mit VW oder Mercedes oder BMW los? Aber wenn es eben ein junges Autounternehmen macht, dann sagt man doch, naja gut, die üben ja noch sozusagen, dann verzeiht man dann Fehler eher. Das ist der Vorteil, den Sam Altman hat mit OpenAI, aber den muss er auch nutzen, denn ansonsten dreht sich das Ganze um. Wir haben ja auch gesehen übrigens, GPT-01 ist auch kein, also man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass das jetzt einfach mal so aus einer Laune heraus der nächste Modelltyp war oder dass das jetzt ohne Druck und so weiter entstanden ist, ist zumindest meine Vermutung. Wir haben in den anderen klassischen Sprachmodellen, wie wir sie bisher hatten, ja auch zum Teil gesehen, dass eben diese Cloth-Reihe von Anthropic, dass die zum Teil bessere Ergebnisse erzielt hat. Was aus europäischer Sicht ja schön ist. Ja, genau, als die GPT-Reihe, also sozusagen der Vakuumgrenze zum Teil besser und dann muss man natürlich versuchen, da vorne dran zu bleiben, denn es wird schon so kommen, dass vermute ich, dass die Sprachmodelle auch spezialisierter werden für bestimmte Anwendungen. Ja, um dann dort besser zu werden. Ja, aber wenn du das Beste allgemeine hast, es gibt dann keinen Grund für Leute, außer es gibt einen Extrempreisunterschied, das zweite oder drittbeste zu nehmen. Es ist schon atemberaubend. Nur nochmal zur Erinnerung, Open AI's GPT-Chatbot ist im November 2022, also es sind jetzt gerade mal zwei Jahre, also der zweite Geburtstag steht jetzt bald bevor. Und wir reden schon jetzt über solche Umsätze und solche Summen und meine Güte, was hat das durch die Investitionen, die notwendig sind, auch in die Datenzentren und die dazugehörigen Chips für einen Börsenboom ausgelöst. Da muss man sich ja schon ziemlich die Augen reiben. Also zu meiner Zeit, in der ich im Silicon Valley war, musste man schon ein ganz schöner Computerfreak sein, um den Namen NVIDIA überhaupt richtig aussprechen zu können. Quite a Change. Du hast noch, wie es deiner Art ist, ein dickes Buch vor dir liegen. Da geht es ausnahmsweise gar nicht um Science Fiction, sondern um etwas, was eben auch schon längst in der Realität angekommen ist, worüber wir auch gerade gesprochen haben und auch schon sehr häufig. Das Buch, und du hattest mich gebeten, das nochmal kurz anzusprechen, oder trägt den Titel Why Machines Learn. Und ja, den Namen des Autors habe ich mir aufgeschrieben, aber ich überlasse die Worte zu dem Buch am frühen Morgen, die bei dir. Ja, also geschrieben hat es Anil Anantaswarmi, Wissenschaftsjournalist hochdekoriert, und er hat ein Buch geschrieben, die Mathematik hinter der KI, hinter der modernen KI, wie dann gesagt wird, also hinter den Lernalgorithmen. Und das ist damit eben gemeint, damit man besser versteht, wie das eigentlich ein bisschen mehr im Detail funktioniert und das soll. Ich habe das Buch ganz neu, ich habe es mitgebracht, weil ich eine Eingangspassage, ich habe jetzt die ersten fünf, sechs Seiten gelesen, gerade aber da steht eine lustige Episode, die ich gleich noch, wo man auch schon sieht, welche Vorstellung es immer mal schon davon gegeben hat, von der KI, deswegen habe ich das mitgebracht. Und der möchte aber das erklären und soll, also es gibt sehr, sehr viel Lob bislang, dafür. Und ich denke, weil tatsächlich das, das muss man sich immer vor Augen haben, das ist das, was am Ende ist, da ist Mathematik dahinter. Und die Grenzen der Mathematik sind auch ein bisschen die Grenzen der KI. Und in den Modellen, da ist lineare Algebra drin, da ist Statistik drin, da sind auch zum Teil Sachen drin, also auch mit der linearen Algebra, die man in der Oberstufe zum Beispiel lernt, in einem Matheleistungskurs, das ist zum Teil gar nicht so viel mehr vom Prinzip, was da drin steht. Deswegen immer, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, der Intelligenzbegriff, der ist, wenn es zum Computer geht, das ist mathematische, künstliche Intelligenz, das, was mit Mathematik geht. Und jetzt kann man, das ist zum Teil eine philosophische Frage, wo die Grenzen sind und wo, und wo man vielleicht da immer weiterkommt. Aber das ist, das wollte ich deswegen erwähnen, weil wir vorhin ja um Planen, eben das Reasoning, spekulieren und so weiter reden. Und wenn wir uns bei uns Menschen überlegen, wie das geht, ist die Frage, ob wir hier immer nur Berechnungen durchführen oder ob wir bei uns die Spekulationen über alternative Zukunftsverläufe, wenn ich mir jetzt überlege, was weiß ich, ich könnte für mein Leben jetzt noch diese oder jene Entscheidung treffen. Ich kann ja, ich kann das ja im Kopf relativ weit fortspinnen. Ich kann mir sogar ganz, ich kann, wir Menschen sind ja sogar in der Lage, uns als komplett andere Personen vorzustellen in einem komplett ganz anderen Land, in einem anderen Kontext, in einer Fantasiewelt vielleicht und können da trotzdem überlegen, wie das dort sich alles ereignen könnte. Wir können das einfach, ja, ob das sinnvoll ist, darum geht es gar nicht, aber manchmal schon. Ja, und die Frage, und das ist halt zum Teil Sachen oder wir interagieren miteinander und daraus entstehen sich bestimmte Prozesse oder Verhalten und KI heute, das ist eben Mathematik, die sehr geschickt angewendet wird, Optimierungsverfahren, Annäherungsverfahren, die eben mit der Computertechnik, die es heute gibt, die es möglich ist, eben auch diese großen Datenmengen dazu verarbeiten und so weiter. Die Episode aber, die da gleich am Anfang steht, ist eine sehr lustige, weil man da ganz gut sieht, wie das es schon immer in der KI auch ganz fantasievolle Übertreibungen oder Hoffnungen gegeben hat, wo man sieht, wie viel Fantasie drinsteckt und die sich dann aber auch nicht erfüllt haben. Ich glaube jetzt nicht, dass die Sprachmodelle, die werden nicht eine ganz große Sackgasse sein, aber auch jetzt ist, auch die Börsen, hast du schon angesprochen, schon ist sehr viel, aus meiner Sicht, Hype drin und sehr viel Übertreibung und man merkt jetzt ja auch in der Praxis, wo das schon angewendet wird und wo eben nicht. Und die lustige Episode. Vor allen Dingen auch wo nicht. Also es gibt ja umfassende Analysen auch von Goldman Sachs dazu, dass das so richtig in der Realität der Produktion und des Wirtschaftens noch gar nicht angekommen ist. Genau, Produktion, Industrie ist nämlich ein ganz, weil die brauchen ja auch keine Sprachdaten, die haben Produktionsdaten von Maschinen, die gibt es auch, kann man auch nicht im Internet einfach runterladen, um dann irgendwas zu trainieren. Das ist eine ganz zum Teil andere Sache. Aber hier, die Episode ist, die ist auch einigermaßen bekannt, es geht um 8. Juli 1958, hat die New York Times auf Seite 25 so eine mittellange Meldung geschrieben und die Überschrift war New Navy Device Learns by Doing Psychologist Shows Embryo of Computer Designed to Read and Grow Wiser und es gab damals eben Forschung von der Navy finanziert und einen berühmten Professor, Frank Rosenblatt von der Cornell University, der ein ganz, ganz frühes KI-Modell-Lernmodell, das hieß Perzeptron, erfunden hat. Es war sozusagen so in der Idee, man hat, da ging es noch darum, kann man ein künstliches Neuron, kann man sowas machen, weil diese Idee beim Lernen ist ja, dass der Computer vielleicht so ist wie das Gehirn, das sind eben Neuronen, die kriegen einen Input und dann passiert in denen was und die werden aktiviert und dann geben wir an andere Neuronen was weiter und so und kann man das künstlich darstellen und er ist nicht der Erste, aber er ist mit seinem Modell auch relativ populär geworden und mit seiner Idee und das ist eben aber auch Berechnung, also der Input ist dann eine Berechnung, diese Modelle, die Neuronen, die künstlichen, die kriegen dann, da kommen dann, da kommen irgendwie Werte rein, daraus rechnen sie Zahlen und wenn die Zahlen bestimmte Schwellen überschreiten oder unterschreiten, dann reagieren die und dann geben die irgendwas eben ab und was ich hier dran lustig fand, dass damals die New York Times eben die Überschrift war, das ist das Wort Computer Embryo, der ist ein Embryo und der wird von sich aus, die Vorstellung sozusagen, der wächst und dann ist er irgendwann ein weiser, großer Computer aus sowas Kleinem rein, das war so ein bisschen so die Vorstellung und die ist natürlich an Menschen orientiert, aber das ist natürlich nach wie vor ein ganz großer Unterschied, auch wenn das, KI muss nicht wie unser Gehirn werden, aber was wir immer nicht vergessen dürfen, wir Menschen, wir kommen nicht mit dem mit dem ganz komplett fertigen Gehirn in die Existenz, sondern wir sind erstmal, irgendwann treffen sich ein Samen und eine Eizelle und da ist noch kein Gehirn drin, da ist so ein bisschen DNA drin und da ist schon der komplette Bauplan aber vom Gehirn, das ist alles schon drin, das entwickelt sich und dann ist auch schon danach, dann ist das Gehirn da und dann sind auch schon die Fähigkeiten, wie das Gehirn Informationen verarbeiten kann, das ist alles schon drin und das wäre sozusagen, wenn du es in das Computer übertragen würdest, das KI-Modell würde sich selbst aus irgendeinem Basiscode, würde sich das ganze neuronale Netz selbst kreieren, wachsen, entstehen und dann anfangen mit der Umgebung und dem Rest der Welt zu interagieren und dann lernen und dann dabei noch gleichzeitig wachsen, es ist ja auch nicht abgeschlossen, auch wenn das Gehirn da ist, der Mensch wächst ja weiter, ist halt Baby und dann als Großeser und genauso ist es nicht. Genauso ist es in der Technik nicht, aber die Vorstellung war eben und deswegen fand ich es lustiger als Episode, man hat halt immer schon gedacht jetzt und das ist natürlich klar, weil die Faszination groß ist, können wir uns, weil wir ja so einzigartig sind schon auf der Welt als Menschen, können wir uns eben nachbauen und das ist, was mit KI eben immer kommt, weil es an unsere Intelligenz geht und diese Bilder und das fand ich deswegen zum, nochmal mich daran erinnert, zum Schmunzeln, dass das eben damals auch in einer, es ist ja keine so schlechte Zeitung in den New York Times, damals sie auch geschrieben haben, der Computerembryo ist da und ... Ja, was man manchmal so in so einer Überschrift schreibt. Ja, und hat 1958, aber es war natürlich auch damals, es war kurz nach der KI-Gründungskonferenz, die Euphorie war groß, deswegen habe ich auch die Episode ausgewählt. Es gab schon verschiedentlich Zeiten, in denen der eben Euphorie groß war, dass jetzt hier ganz viele neue Schritte kommen. Und so schnell ging es dann doch nicht. Genau, so schnell ging es dann, genau, 1958, danach kam auch das, was man ... Und es wird jetzt nicht so ein, was damals immer gesagt wird, als Episode AI-Winter, das glaube ich nicht, dass es jetzt mit so passiert, aber ich glaube, es ist manchmal auch gut, wenn man sich da so ein bisschen vor Augen führt, die langfristig geht es schon immer weiter und immer weiter und man findet neue Wege, aber gerade wenn es um KI geht, ist oft sind schon die Erwartungen sehr ins Kraut geschossen und danach hat eine gewisse Erdung stattgefunden und dann geht es auch wieder weiter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt manchmal, habe ich den Eindruck, wir sind vielleicht auch jetzt so ein bisschen da, aber wer weiß, aber das fand ich jedenfalls und als Lesetipp, ich glaube, wer sich da mehr einsteigen möchte. Why Machines Learn heißt das Buch. Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie mit uns versuchen, auf Ballhöhe zu bleiben, wenn ich das zum Wochenende mal so sagen darf, was solche Themen angeht und natürlich zu Förderst Künstliche Intelligenz. Auch bei allen anderen sind wir weiter für Sie da, wenn es um Digitalisierung und Digitalwirtschaft geht und natürlich auch in unserem Digitalwirtschaft Pro Briefing, dass Sie übrigens in Ihrem FAZ Plus Abo, das ja gar nicht viel Geld kostet, inklusive haben, wenn Sie sich das mal anschauen möchten. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns einfach weiter zuhören. und dafür vielen Dank. Bis bald. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020